Ebenfalls neu in der Papillon-Kollektion ist auch wieder ein Schmuckstück für die Herren. Diesmal wieder ein wunderschönes Stahlarmband, unser Armband Marco. Ein ganz klassischer Armschmuck. Ich zeige es euch mal im Detail. Ich hoffe, dass ich es scharf kriege. Ah, wunderbar. Aus einzelnen Elementen in der Mitte mit geschwärzten Stahlelementen, so ein bisschen fast in einem Schlangendruck gehalten. Hinten in Schwarz in der Mitte hat es eine Breite von nur 0,7 Zentimetern, also mit 7 Millimetern und ist ein bisschen schmaler am Arm, was ich richtig cool finde. Weil ich selber habe den tatsächlich mir auch gegönnt, weil ich das einfach so cool und lässig fand und es mal nicht so ein breiter Armschmuck ist. Das fand ich halt richtig schön und stylisch. Hat, jetzt kann ich es aber mir mal hindrehen, ich glaube, dann sieht man es auch einfach ein bisschen besser. Das ist ein ganz klassischer Verschluss, wie man ihn auch von Uhren kennt. Man kann das Mittelteil auch rausnehmen, sodass wir hier auch eine Länge von 19 bis 21 Zentimetern haben. Sollte der Herr, der es bekommt, allerdings doch mal etwas schmalere oder breitere Handgelenke haben, ist es auch gar kein Problem, mal einzelne Elemente aus dem Armband herauszunehmen oder hinzuzufügen. Jetzt will ich nur mal gucken, dass ich es nochmal scharf kriege. Wie gesagt, eine ganz tolle, edle, auch sehr zeitlose Kombination aus glänzendem Stahl und geschwärztem Stahl. Und wie gesagt, eben schön, dass es mal nicht so breit ist und so sagt, wow, hier bin ich, sondern eher ein bisschen was, fast schon leichten Hauch von Eleganz, Sportivem hat. Unser Armschmuck Marco. Und so steht, go! Was ist das? Vielen Dank.